Surah 69 Al-Haqqah Die Wahrheit Offenbart zu Mekka 52 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Al-Haqqah Was ist Al-Haqqah? Und wie kannst du wissen, was Al-Haqqah ist? Die Tamut und die Art Leugneten Al-Qahriah Die pochende Stunde des Weltuntergangs Dann, was die Tamut anbelangt So wurden sie durch einen fürchterlichen Schall vernichtet Und was die Art anbelangt So wurden sie durch einen gewaltigen eiskalten Wind vernichtet Den er sieben Nächte und acht Tage lang ununterbrochen Gegen sie wüten ließ So dass du das Volk hättest sehen können Dort niedergestreckt Als wären sie hohle Palmenstämme Siehst du von ihnen einen übrig geblieben? Und Pharao und diejenigen, die vor ihm waren Und die zusammengestürzten Städte Waren großen Frevels schuldig Mit einem einzigen Stoß Und die Erde samt den Bergen Und dann mit einem einzigen Schlag niedergeschmettert wird An jenem Tage wird das Ereignis schon eingetroffen sein Und der Himmel wird sich spalten Dem sein Buch in die Rechte gegeben wird So wird er sagen Wohlan, lest mein Buch Wahrlich, ich habe damit gerechnet Dass ich meiner Rechenschaft begegnen werde So wird er ein Wohlleben in einem hochgelegenen Paradies führen Dessen Früchte leicht erreichbar sind Esst und trinkt und lasst es euch wohl bekommen Für das, was ihr in den vergangenen Tagen gewirkt habt Was aber den anbelangt Dem sein Buch in die Linke gegeben wird So wird er sagen Oh, wäre mir mein Buch doch nicht gegeben worden Und hätte ich doch nie erfahren Was meine Rechenschaft ist Oh, hätte doch der Tod mit mir ein Ende gemacht Mein Vermögen hat mir nichts genützt Meine Macht ist von mir gegangen Er greift ihn und fesselt ihn Dann lasst ihn hierauf in der Al-Jahim brennen Dann legt ihn in eine Kette Deren Länge siebzig Ellen misst Denn er glaubte ja nicht an Allah Den Allmächtigen Und forderte nicht zur Speisung der Armen auf Hier hat er nun heute keinen Freund Und keine Nahrung außer Eiter Den nur die Sünder essen Doch ich schwöre bei dem, was ihr seht Und bei dem, was ihr nicht seht Dass dies wahrlich das Wort Allahs Durch den Mund eines ehrwürdigen Gesandten ist Und es ist nicht das Werk eines Dichters Wenig ist das, was ihr glaubt Noch ist es die Rede eines Wahrsagers Wenig ist das, was ihr bedenkt Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten Und hätte er irgendwelche Aussprüche In unserem Namen ersonnen Hätten wir ihn gewiss bei der Rechten gefasst Und ihm dann die Herzader durchschnitten Und keiner von euch hätte uns von ihm abhalten können Und wahrlich Es ist eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen Und wir wissen wahrlich Dass einige von euch Leugner sind Und wahrlich Es ist ein schmerzhaftes Bedauern für die Ungläubigen Und wahrlich Es ist die Wahrheit mit aller Gewissheit Darum preise den Namen Deines allmächtigen Herrn